Hallo zusammen und willkommen zurück zu Faggot Watch Wir haben da einmal den Murdoch, den Cyborg Heizmaul Das wollte ich jetzt einfach nur sagen Weiß ich nicht Ey Januka Januka So süß aber Hanzo süß, Alter Hanzo süß, Alter, guck dir das an, ey, zeig dir wer Hanzo süß aussieht Hanzo süß, Alter Hanzo süß Christi hat den Schlimmsten Ich bin Bananengelb, Alter Hanzo süß, Alter Sagel Ups, Falscher, hä, wo ist der Spruch Sagel, sagel, sagel Sagel, ihr habt das so gewollt Sagel Januka und ich haben die geilen Scans, Alter Aber wenn der Fall dann schnell fliegt Ich glaube, dann wird Hanzo mal in die Dinger, Alter Der läuft auch im Ziel dann 30 Prozent Also nicht mehr 40 Prozent langsamer Boah, Alter, geht der ja richtig an Guck mal, wie langsam der jetzt geht Du wirst so'n Unterschied, ich hab da jetzt Video gesehen, Alter Der ging fast schon so, Alter Jungen, die ganzen Pfeile dahin fliegt Die hat uns richtig weggesnackt Warte, mach Pfeile nach vorne So Überall, Zortok Gib ihm Ihr müsst einfach das Pfeile hinmachen Da ist er Ah Nein, McQueer ist hinter euch Über euch Ja, hinten Nee Stallatsauce Nein Ohhhh Die Mistratte Boah, fuck auf, Alter Ja Der war aber schon wie geahnt ist da Ja, Hanso Hanso war kacke im Angriff Ah, lauerlich War cool McQueer ist tot Ja, ich hab's doch gemerkt Ja, ich hab's doch gemerkt Alles klar Okay, weiter Jungen, der Scatter, Alter Ich mach äh Jungen, die ganzen Pfeile, wie die hier fliegen, Alter Stürb die Brog Boah, Bastion, lege Seite Er ist down Oh, ich bin fast tot, Alter Oh mein Gott Hab ihn Jungen, ich muss gleich mal den Healpac holen, Alter Los ran, Leute Los, los, los Wo ist der? Rechts, Rotok, rechts, Rotok, rechts, Rotok, rechts, Rotok Ich hab Ulti Yo, Sniper da oben Ich hab dich doch gewahnt Wo ist Sniper oben, Sniper Marsch Hä, Junge Boah Boah, er läuft da auch genau rein, Alter Ich hab Ulti ready, ne, Leute Ja, fast Ich Aua, aber die Kippe, äh, 82% Hihihi Westin ist da rechts drinnen Da muss man die Ulti durchfeuern Ja, auch einen Ja, halt Mhahaha Der Handhalt Ah, ist ordentlich weggesprungen Da ist er zwei Widows, Alter Warte, warte Ich kann das, ich kann das Warte Das ist echt jetzt nur die Bestie Scheiße, ich dachte es funktioniert Widow ist tot oben Da ist noch eine Hab sie Ich weiß nicht wie, aber ich hab sie Ich hab ihn links Mein Ulti ist bereit Hau die Ulti irgendwie rein, durch, was auch immer Ehrlich, habt ihr jetzt schon die Ulti gezündet? Ja Oh, nein Oh, sauber Oh, nein Oh, sauber Oh, die ganzen Drachen Alter, wie die alle abgehen Nein, ich hab Wölfe Oh, uh Ich auch Ich hab ihn auch Ja, ihr seid doch keinen richtigen Hansos, Alter Ihr seid leider nur Juden Oh, verdammte Scheiße, Alter Der Genji hat mich instan Das ist einfach nur schwarzer Humor Was? Schwarzer Humor? Warte, ich schieße den Fallen hin Oh, ich hab den Spader Sie ist ruse Wolfseis Die haben das in Metro 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 1942, Alter Warte, ist das mal Oh, what the fuck? Hä? Oh, unser Kollege hat Scatter-File Genji gemacht Der kam zurück und hat mich getroffen Leute, ich brauche mal Unterstützung zu mir Der braucht nur einen Schuss Der braucht nur einen Schuss Junge, ich hab Goldmedaille Zeit für Zielfortschritte 0 Minuten, 0 Sekunden, Alter Ich hab Schaden Warte, ich guck mal hier hinter Ich hab Ulti Ja, ist ein Mitreister Boah Lol Bitteschön Ok, Randa Lol, ich hab echt einen gekillt Jetzt als Objektiv Los, los Randa Pass auf Oh mein Gott Nein, ich bin tot 1 Objektiv Oh mein Gott, Alter Bei Hanzo konzentriert man sich und Nein, nein Nein, scheiße Kill sie, kill sie, kill sie, kill sie Komm, kill Randa, 1 Objektiv Bei Hanzo ist man so konzentriert irgendwie, ne? Ja, irgendwie Da labert man nicht so viel Ja, irgendwie Egal, los Jawoll Sauber Nein, Bastard Da hinten, McCree, Alter Der wird alle reporten, Alter Ist doch immer die Leute, die Doppel-Charse nehmen, Alter McCree, Alter Die Doppel-Widow-Maker Die Nubig, Alter Ey, könnt ihr hier ordentlich spielen? Da hinten Pfeile los Irgendwie näher der Ringe, Alter Oh nein So tot Oh mein Gott Ich hab ihn Er ist schon locker in 2 Minuten Oh, Widow-Maker Nein Was? Wir haben Teleporter Was, Marvin? Ich halte diese Rotor kommt von der Seite Widow von vorne Ja, Widows, klar Wir müssen einfach Und Genji von hinten Okay, Genji ist tot Da ist da drin der Fettsack, Alter Oh, fuck Sag ich Oha Schlappt euch den Dicken Okay Da rennt da Guckt die ganze Zeit durch den Gang, Alter Oh, die Sniper-Tante Oh Gott, da sind sie ja drin, Alter Hätte mir mal das einer sagen können Voll reingerannt Einfach ein Lucky Shots rein Die haben... Zwei Sniper, ach du Scheiße Ja, ja Oh, ich find Hanzo nicht mal so lustig im Angriff Ne, ich auch nicht so Ich find die Panik-Full Ich find die Panik-Full Die Kamera ging auf dich Die Kamera ging auf dich Die Kamera ging auf dich Ja, zwei! Ein für ihn und ein für mich Nein, ich hab zwei Hitmarker bekommen Los, ran da! Oh, fuck Oh, er hat schon gedreht, Ulti, Alter Ich dreh durch Ja, warte, der Genji hat seine Nullsie Wartest du einfach Nein, nein, nein! Ich hab mir selbst den Pfeil reingehakt Marvin, du Noob Junge, du hast ihn reingeloggt Junge, du hast ihn rausgeloggt Junge, du hast ihn rausgeloggt Junge, du hast ihn rausgeloggt, Alter Aber das war meiner Da fliegt der Pfeil, Alter Ich glaub, Hanzo wird echt geil nach dem nächsten Update Mal gespannt Der Scheiß- Oh, voll in den Sack, Alter Voll in den Sack, Alter Verdient, Bastard Oh, hell no Ah, ich bin ja an dem Drachen drin Junge, ich denk immer Der schwebt über mich drüber, Alter Wegen dem Kreis Ist so doof, Alter Los, ihr müsst an den Dings dran, Leute Den Payloads Wir müssen immer hier einfach alle am Payload rumspringen jetzt Der McQueen müsste den Affen spielen und alle in die Kuppel Braucht den Reinhard, Alter Alle dahinter, dann geh ich Und ich werd wieder geparkt, ich bin tot Und du bist tot Der McQueen, was macht er denn da? Oh Nein Aber wir laufen auch nicht über die Dächer wie so Ninjas, Alter Ja, kommt's doch gar nicht rüber, Alter Ja, kommt's gar nicht ran, Alter Ja, wegen dem Sniper Junge, Alter Ich hab keine Chance hier Oh, ja Gewonnen, Alter Ist nur ein Bug, das hier Naja Egal... Och, Mann, ich war's von hinten Nee Guck mal, die Widows war's Nee Buuuu Noob-Char, Alter Jetzt musst du reinschreiben Boah, I double Widowmaker Noobs Warte dann Double Widow Noob Ich glaub, ich hab Double falsch gespielt Ja Und würde auch Und Noob auch ein X-Dickle rein dazu Guck mal Also ich fand da gegenseitig... Alles klar, das war's, bis zum nächsten Mal bei Faggotwatch Wir sind raus, ciao Ciao So... Mäh! 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 Mäh!